Genau wie die Piano Engine SGX2 greift auch die HD1 Sample Engine auf die Virtual Memory Technology von Korg zurück. Das heißt, hier können Sample Sounds, die mehrere Gigabyte groß sind, genutzt werden. Streichorchester, Bläser, Drums, was man sich so vorstellen kann. Streichorchester 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 Zusätzlich zu den normalen Sounds gibt es auch sogenannte Wave Sequenzen. Das sind Loops, die temposynchron abgefeuert werden können. Streichorchester 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 Bis zum nächsten Mal.